fröhliche weihnachten wünschen wir euch willkommen auf unserem kanal durch geknallte dodo wir wünschen viel spaß ja so gut dass wir 15 ja ich fand es nicht schlecht also es ist ganz in ordnung ja da steht in einer gruppe Ja, das geht egal, was brauchst du für meine Sachen machen? Ich hab deine Sachen gekauft. Glaubst du, dass du hier bist? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Nein, Mann, geht. Schöner Auge. Wenn ich mehr meine Sachen schaue, dann werde ich doch sauber langsam. Wir sollten kein Auto fahren. Mann. Ich zeige euch vor allem. Ja, aber so hören uns die Gegner an, die scheiß Gegner. Ich würde jetzt nicht alles streuchzen, wir müssen doch hier raus. Oh, oh, was habe ich getan? Oh, oh, was habe ich getan? Oh, wie geil das aussieht mit dem Schnee, mit dem Schneesprunnen, das finde ich immer wieder geil in diesem Spiel. Ah, ich mache hier. Was ist das aussieht? Oh, was ist das denn? Oh, oh. Heiligen Schuh. Ah, das ist gut. Oh. Ich nehme. Ah. Ich nehme. Ich nehme jetzt gegen die Gegner an. Ich mache jetzt auch noch zwei. Ich nehme zwei, was ich jetzt gehe. Ich nehme schon. Ich komme gleich wieder, ich nehme eine kurze Abkürzung. Ich habe eine Waffe. Wie, jetzt kommen gleich wieder Zombies. Ja, wenn die Zombies nicht da wären, dann hätten wir vielleicht gewonnen. Ja, wenn die 20 wären, dann hätten wir wirklich einen Sieg gehabt. Patrick? Warte. Nein, du willst es? Du bist wirklich gerade? Nein, du kannst es auch nicht sagen. Ach, sterbst du gerade oder was ist das hier? Irgendjemand kann er sich aus? Oder ein Modus. Modus sterben zuerst. Kommen die aus. Kann du, Teddy? Dann können wir ja ... Scheiße. Kommen Sie auf Was heißt das? Ne, das war zweiter Zweifel, aber jetzt ist es... Dreckige Idee, ja. Komm, ruf mich grad an. Ja, ich hab ein Pumper jetzt schon sehen, dass ich auch so. Weißt du, was grad meine Idee wär? Ich weiß nicht. Ich bin nicht besitzt. Nein, ich will nicht... Ich gar nicht. Warte, ich weiß, was ich immer sagen. Warte, warte. Warte, warte. Kannst du gleich. Mal falten immer. Immer zu mir. So. Ja, was ist das denn? Es geht. Es geht, Bubi. Alles gut? Alles gut, Leute. Ja, weil einer mich gefühlt hat. Oh, der ist ein Gegner. Ich wundere, ich bin grad zocken. Du Arsch, ey. Hey. Na halaf. guck. verillig. warte, im grs. Das ist der Streit. Baumel Sein kopy. Das war recht! Da war mir aber stark! Cool?! Oh, so ist das Ja, ich glaube, ich mache mal ein bisschen Pause, tut mir leid. Ja, alles gut. Also Tobi, ich kriege gerade was anderes, oder? Ja, okay, sonst Janina, lass doch wir beide einfach alleine eine Runde fahren. Komm, da ruf ich dich an. Hä? Weißt du, das kann doch jetzt gehen bleiben. Ja, okay, aber... Boah, Digga, dann muss ich einfach erst mal ein bisschen alle leiderstellen. Ja, dann mach die anderen drei, also Pause mal konsequent. Und Tobi ist gestartet, meine Runde, dann fällst du mal auf. Wie sieht das? Wie geht das? Wie geht das, Tobi? Wie geht das, Tobi? Wie geht das? Wie geht das, Tobi? Wie geht das, Tobi? Ja! Ich nicht wundern, ich nicht wundern, das passiert immer. Ist doch alles gut. Wie geht das? Wie geht das, Tobi? Ja. Wie geht das? Wie geht das, Tobi? Wie geht das, Tobi? Wie geht das, Tobi? Wie geht das, Tobi? Ja, ja. Wie geht das, Tobi? 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 Ja, dann tue noch was, wenn man zusammen zu Hause nicht passt. Das war nicht gut. Das ist ein Wauerspieler, oder? Nein, das ist ein 2D-Spieler. So. Kein Mal laut. Mach mal, ehm... A-M-Curve. Fack die 5. Egal, next time. Das ist immer noch zur 5, Leute. Hazel Buzzer? Ja. Ach, das ist auch der Plan. Und hier ist ja klar. Der war auch gut für dich. Du bist in der Plan. Das ist ja auch ein Glück. Lass uns kein Auto bitte fahren, sonst werden wir wieder gehört. Warte, warte, ich schicke den Code. Lass uns ein. 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 Ja, dann schicke ich. E-H-X. E-H-X. Doppel O-F. Was soll das? Was soll das? Sehr gut. Warum schlagst du mich ein? Was soll das? Was soll das? Ich glaube. Ich glaube zu baulich. Ja. Ja, nicht, dass du mich fühlst. Ich glaube, wenn ich die Farbe von Tobi nehme, bin ich nicht auf Pink. Oh, wo war das gleich immer ein paar Leute denken heute. Jetzt bin ich eingestiegen. Und das ist der auf der Karte markiert. Genau. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist ganz schön. Du bist so groß. 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 Oh, ich hab ein Feuer bekommen. Du bist so groß. Wenn du deine besten Freundin lässt, glaube ich, zu dieser Stelle gratuliert. Wenn du deine besten Freundin lässt, glaube ich, zu dieser Stelle gratuliert. Perl, ich mache jetzt nur Arimat her. Ich habe die Mama gestrahlt. Ich kenne meine Mutter von China schon. 2008. Ich kenne sie schon. Ich kenne sie schon. Ich kenne sie schon. Ich kenne sie schon. Ich weiss nicht. Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Achso, okay. Wieso fährt er los? Hast du das gerade, Tom? Nein, keine Ahnung. Was? Das war für Jakey. Ja. Oh Gott. Ist das schon Peng. Ja, schon Peng. Ja, ich kenne sie nicht. Ja, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. So. Oh ich kenne sie nicht. Oh ich kenne sie nicht. Oh, ich kenne sie nicht. Ja, da ist wirklich einer Baby, oder? Da ist nichts drin, was ist das für ein Scheiß? Ich glaube, ich gehe jetzt Richtung Marc, Marc, er ist schlau, er will jetzt zu diesem Scheiß. Oh, let's go. Marc, wo bist du jetzt? Da bist du jetzt. Das sind die Häuser, jetzt gerade, wo du bist. Okay, vorbei. Was ist denn da jetzt? Oh, verpiss dich. Ich rufe fast auf die Scheiße. Ah, hier, da liegt sie, ist die Kirche. Was hast du, was hast du gefunden, wo du gehst? Boah, ich überfahre gerade Anis weg, ich überfahre die ganze Kirche durch. Ja, du warte, du hast die Kraftsteine kaputt. Doro. Da lang. Doro. Wo bist du? Ich weiß ja gar nicht, was es geht. Ich glaube, damals hat das noch ganz funktioniert, dann ist alles noch nicht. Nee, nee, da hat das noch die Kraft. Du weißt. Ich versteck mich hier jetzt. Wo ist denn? Wo? Da hast du uns halt erstmal wieder ganz, wieder versteckt. Ich finde das immer so witzig, dass wir es so haben. So witzig zu haben. Tobias, kommst du? Weil ich komm. Ja. Weil die Tür ist da aufgelassen. Du kannst ja, wenn du so leckst, das kann aufgelassen. Und die Sachen dann nochmal. Was? Nein. Weiter nicht. Nein. Warum? Nein. Nein. Jetzt sind das noch drei. Ein Minute und 30 Sekunden. Ein und drei Punkte sind da. Also, das sind Gegner noch. Mein Bunker ist ja genau in der Mitte von der Zone. Wir sind ja im Java jetzt in 70 Sekunden. Dann wird die eine Minute hier bleiben, ist gut. Das wäre doch perfekt. Aber das kannst du einfach mal nehmen. Würdest du da haben, wenn wir jetzt hier sind? Können wir hier mal leben? Wie Kram spielen? Habt ihr euch jetzt schon rausgegangen? Bist du ein Kick von dir? Nö, du. Ich hab nicht gecheckt, dass man hier ... ... die Leute hier durchkommen. Arabisch geschrieben hat, ist er rausgeflogen, oder was? Alter, alles. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich komme in die Richtung. Ja. Ich geh zu Paul. Paul in die Besöhung, ne? Der kommt jetzt hoch. Ich geh zu Paul. Ja, lass uns gut gehen. Ich geh zu Paul. 21 Sekunden ist die Zone wieder. Das ist wie ich gesagt habe. Das geht's. Ich geh zu Paul jetzt. Das ist dick. Ich glaube, er ist achtig. Das steht noch nennen. Das ist dick. Die Person hat mir das zu wenig. Ja, ich habe das nicht gesagt, wie ich das spiele. Warum mach das? Ja, ich hör auch bei dem auch. Noch eine Runde in Saku oder Mochi-Chip? Nee, danach werde ich auch. Ja, ich hör auch bei dem auch. Okay, gut, alle. Dann hat es hier alles fertig. Aber es geht erst mal um die Spiele zu bleiben. Drei Leute. Nein, ich meine im Spiel, das meine ich gerade. Ich meine. Ich meine. Ich meine. Die Zone. Bist du beleidigt worden? Nee. Wanderstrecklich. Fick. 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 Fick und Ficke. Es wurde sogar nicht zensiert, ey, gell. Mann, das ist ja auch mal alles zensiert, ey. Ja, Mann. Nein. Tick, Bruder. Nichts haben sie es. Ja, wo haut sich denn jetzt hin? Oh nein. Ja, wir können auch gehen. Danke. Du bist doch ohnehin. Das ist nicht so cool. Das ist nicht. Ja, das ist nicht so cool. Nee, ich meine, warum kommt hier ein bisschen weg? Wie nennt's? Ja, das ist nicht so cool. Wenn die hochsteigen ist, ist es nicht so cool. Ziemlich gut. Ich weiß nicht, warum kommt hier ein bisschen weg? Er weiß, was mich jetzt echt interessiert ist, ich glaube, ich riskiere das jetzt. Das ist nicht so cool. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, es ist nicht so cool. Ja. Ja. Das ist nicht so cool. So, jetzt muss ich das angucken. Oh, ist direkt drauf, gell? Ja, aber ich freu es schon. Das ist nur für vier Plätze. So, alles klar. Das ist für ein Schiff, für ein Auto. Das ist für uns, wie wir jetzt saßen von Zinsu an. Tobias, fahr irgendwo, dass wir... Er kann schnell in den Gegend gerade. Lass uns hängen und Haus uns verschanzen. Ja, aber ich guck mal, ob er nicht eins ist. Da steht drauf, Fahrzeug verlassen. Wieso? Ja, mit F, das kannst du ja... Das ist ja immer so. Ja, lass uns hier chillen. Ach so, wo wir uns gesteckt haben, ne? Ja, hier hat doch keinen Eingang. Unser guten Zeiten, die wir übertraten. Hier haben wir mal getrimmt, weiß ich noch. Und hier haben wir mal gewonnen, weil wir da so gut abgestimmt haben. Und hier haben wir mal getrimmt. 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 Es ist so schön. So, das ist es so schön. Schleif. Ich hab's schon gesehen. Ich weiß, dass ich mit kälter Finger aufhören kann. So, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Ja, normal ist ja auch gut. Das ist so, oder? Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Okay. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's ja erwartet für eine Büro als für eine Büro. 1, 2 und 9 auch schon länger. Okay, ich hab's schon gut fertig. Ich muss echt voll pennen gehen. Hatte Spitschicht heute, ey. Voll fertig. Lumpa Lumpa. Jetzt beginnt er mal. So, ja. Dann kommen jetzt die rein und raus. Ich hab's auch Zigaretten für Pixar, Mann. Schon wunderbar. Oh, Mann. Hey, Rick, mir auch Zigaretten. Mehr in meinem Kopf. Drei Prozent. Oh. Oh. Alle raus, ey. Das ist nur noch ein Spiel. Ich bin doch nicht jetzt einfach. Ja. Ja, was kommt denn? Wir können auch morgen zocken. Das ist ja nicht. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist auch noch ein Tag, ja. Ja. Ich würde sagen, zocken wir auf dem Morgen. Okay? Oh, das war da drin. Alles klar. Ich will noch viel Spaß, ne? Ich muss ins Bett. Ja, alles gut. Tschüssi. Ich würde die Hühnern jetzt. Los. Mach die Hände. Oh, Mann, ey. Ist das da oben? Ja, ich kann auch da oben. Ist das da oben? Hä? Oh, das ist hier. Ey, Leute, hör auf. Nee, einer muss jetzt draußen. Nö, der hände. Hier ist auch. Ja, ich auch. Ich brauche jetzt einen Teddy runter. Ach, der ist kein Springtiebler. Das ist wieder. Das ist... Das war toll. Wahrscheinlich, weil da eine Wand ist. Deswegen kann er da aber nicht runter. Ja, stimmt. Ich bin auch gegen den Stuhl. Genau. Das war gut gewesen, ne? Das war gut gewesen, ne? Oh, ja. Warte, wann waren wir doch bei mir gewesen? Ja, dann sind wir bei dir. Ja, das stimmt. Das war schön. Der Name bei dir. Stimmt. Ja, wo ist das denn jetzt, Mann? Was ist das vor? Ja, hier. Das war bei deinem Abschied. Ja, der war nicht. Aber das... Stimmt, das war ja... Der hat ja auch gar nichts. Was so lecker war. Stimmt. Ja, so lecker. Ein kleiner Tanzmächte. Der Bunker wäre jetzt nicht in der Zone. Ah, okay. Ich war... Ich bin ehrlich, ich glaube der Kreis gegen Gideon war. Ich bin so gut gestimmt. Ich bin so gut gestimmt. Ja, das ist ein bisschen zu... Zählen. Ich bin so zu... Ich bin so zu... Aber wie schnell die Zone bleiben. Eine Minute. Ich weiß nicht. Noch elf Leute, Leute. Noch elf Frieden haben. Ja, elf Leute, Leute. Maki Pracki. Okay. Weißt du, ist die Grüße, was? Na hier, Leute. Komm, Maki Pracki. Wo bist du? Ja, ich bin ich. Ich bin auch ein bisschen. Oh wurde ich... Das ist scheiße. Mann... Ihr Hüpfen sich gerade so wie viel nach. Versteht ihr das? Wir dürfen nicht wie viel nach. Ja, wir müssen uns präsentieren, wir finden jetzt gewinnt. Ach, das sind jetzt zwei? Ja. Ja, das sind wir auch schon wieder eigentlich. Ach no, ich schlicke fest. Ja, was ist für die Zone nicht für die Zone, weil ich denke, wir sollten das machen. Das war voll lustig, ja. Ich hab ein schönes Maschinkewerke von der Fluss. Ah, das ist gut. Ich sehe. Ich hab praktisch 60 Schüsse und ich wusste die Waffe von Scheinhandel. 60 Schüsse. Oh, wir sind drauf. Ich hab noch... Ich hab nur schlicht die Ehrung. Ey, Leute, ich bin doch immer noch in der Zone drin. Geil. Oh, krass. Ich hab noch unten mal gepackt. Aber die Zone ist um 16 Sekunden. Das geil wäre jetzt, wenn die Zone bei uns aufhören würde. Ja, aber ich glaub nicht, dass es da aufhört. Also bei uns klein wird, ja. Ich hoffe das. Das sehen wir gleich in 30 Sekunden. In 27 Sekunden. Tschüss, tschüss. Wie schnell der Kreis klarer wird grad. Ich krieg Tschüss überhört, heute. Sie müssen bestimmt, dass wir hier getreten. Doch. Kannst du das wissen? Check mit. Der Tod. Nein, der Tod. Der Tod. Der Tod. Nein, der Tod. Nein, der Tod. Der Tod. Ich komme wieder raus, ich brauche das. Wohin müssen wir jetzt? Wir müssen da rüber jetzt. Nein, nein. Kommt rein. Kein Autofahren. Da kommen wir jetzt wirklich auf uns. Wir werden nicht Autofahren machen. Ich habe doch keine Wahl, ich sterbe so schnell. Kaum gefährdet auch. Ich habe doch gesagt kein Auto, man. Der ist der Stuhl. Ich dachte auch noch gar nicht. Wir halten es mich einmal kurz an den Beutelkopf. Ich bleibe hier im Korn. Ich habe mal ein bisschen hier. Gerade jetzt ist ich gerade vorne drin noch, aber ganz gut. Wir müssen aber da hoch. Auf. Wer sind die Gegner? Sie müssen da sein. Es sind nur noch 5 Gegner. Noch 5 Gegner Leute. Sie sind bestimmt ein Korn. Ich denke es wird nicht. Es ist ein Korn. Es ist ein Korn. Ja. Er kann bitte. Wir müssen weiter los. Wir müssen uns schütteln. Ja. 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 Hab ich auch gerade gesehen. Ja. Ja. Sie sehen uns gleich. Ja. 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 Das ist jetzt los. Ja. Ja. 1 auf 2 Leute und dann sind das doch kein IT, die sind geil. So, ich fahr jetzt mal. Ich seh den ein. Oh, der schockt nicht. Scheiße, der hat mein Dings getroffen. Genau, du? Ich kann nicht mehr fahren. Komm, der ist da ganz oben am Dach. Halt. Äh, ne, da wo, 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 wo dieses, äh, Choco oder Coco oder was steht da? Meiner. Meiner, das ist so ein Schild, das steht da oben drauf. So, Meiner, da, weiter. Da, da ist er, da oben, ist er, da oben, ist er. Da ist die ganze Zeit am, 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 am Camp. Ja. Der andere, der andere. Mach es dich doch, Mann. Na ja, Mann jetzt. Rettet mich einer. Auf dem Dach waren zwei Leute. Rettet mich, rettet mich, rettet mich, rettet mich. Ah, Mann. Ich komm. Fuck. Die Granate, scheiße hab ich gar nicht gesehen, ey. Nein. Ah, der Arsch. Mann ist da. Ja. Mit dir, ja. Hast du auch, du, eine, die Granate, oder das so? Doch einer, oder? Nein. Der war doch doch da, wo Meiner war, da, wo das Haus ist, oder? Vielleicht gehst du da rein, wo du den Haus denkst? Guck mal oben, ob er auf dem Dach ist. Der Gründen gewinnen, Leute, Leute. Noch einen Gegner, Mann. Wollt ein combinaen? Noch einer ist tot? Ja, der eine ist tot, der andere ist. Du legst immer probierst, wer liegt da auf dem Dach? Ja, da auf dem Dach, wo wir ihn ja stehen. Da, der Dach. Da, der Dach, da, 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 oben. Nee, ich glaube, er ist unter, er ist unter, er ist unter, er ist unten. Nein, er hat mich gefasst, er ist, er ist direkt da drin, genau da, da ist er, ja, nein, da! Der zweite Mass ist ja gev LA Das war eine gute Runde Das war die zweitbeste Runde heute Ja, das war das erstbeste Wer möchte, kann uns abonnieren und liken.